100 Jahre. Jetzt? Bin ich 26. Durchschnittlich wird eine Frau 82. Nur 10 Jahre verliere ich, weil ich Raucherin bin. Das geht alles ziemlich schnell. Ich bin Claudia Stöckl, ich bin 43 Jahre alt. Das wäre hier. Und die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau ist bei 82 Jahren derzeit. Das heißt, diesen Weg hätte ich noch zu gehen. Wenn sie da ist, dann die letzte Stunde, dann hoffe ich, dass Sie alle da sind, die Menschen, die ich liebe, beziehungsweise, dass ich Ihnen noch vorher sage, wie wichtig sie alle für mich waren. Das wäre mein großer Wunsch ans Leben. Nicht einfach aus dem Leben gerissen zu werden, sondern allen sagen zu können, was sie mir bedeutet haben. Jetzt, wo ich älter geworden bin, mit meinen 79 Jahren, bin ich nicht mehr so tapfer, wenn ich an den Tod denke. Allerdings, aus meinem Glauben heraus weiß ich, dass es Auferstehung und Leben gibt. Und das ist meine Lebensphilosophie. Soweit ich kann, arbeite ich mit all meinen Kräften, dass ich lebe, dass ich noch etwas tun kann, dass ich noch für Menschen da sein kann. Und wenn es einmal soweit sein wird, dann hoffe ich, dass ich es schaffen werde, aus meinem Glauben heraus hinüber zu gehen. Ich bete alle Tage am Abend vor dem Einschaffen den Schluss des Thedeums in Thedomenes Beravi, nun confundar in aeternum. Auf dich, Herr, vertraue ich und ich werde nie zu Schanden werden. Ich hoffe, dass ich dann das Amen darauf sagen kann, wenn es einmal soweit ist. Ich bin Ferdinand O. Fischer. O steht für Otto. Es gibt ein sehr intensives Erlebnis zum Tod, das mit meiner Tochter zu tun hat, der jüngsten Tochter, die nämlich bei der Geburt fast gestorben ist. Sie haben eine Stunde gebraucht, um sie zu reanimieren. Und ich weiß, wie ich dort gesessen bin, dass ich mit mir gerungen habe, ob es jetzt besser ist, dass sie diesen Kampf verliert, oder ob es besser ist, dass sie die Ärzte gewinnen, weil es ging nur mit fremder Hilfe. Ich habe auch gewusst, was es bedeutet, wenn sie jetzt eine Stunde reanimieren. Das hat ganz klar bedeutet, es wird eine schlimme Behinderung geben. Und sie hat jetzt selber anlässlich meines 50. Geburtstages eine Rede gehalten, wo sie über sich gesagt hat, Ich bin ein Kampfbaby gewesen und Gott wollte mich gleich am Anfang zu sich holen. Aber ich war ein Kampfbaby und habe gesagt, lieber Gott, ich komme noch nicht zu dir. Ich will hier bleiben, auf dieser Welt. Ich habe jetzt gerade am Band des Lebens meine bisherige Zeit abgerissen. Die durchschnittliche Lebenserwartung markiert. Alles, was darüber hinausgeht, in meinem Fall sowieso unbedingt notwendig entfernt. Und was übrig bleibt, ist mein bisheriges Leben und das, was noch vor mir liegt. Und das sind zwei völlig gleich lange Streifen. Ich kann nur empfehlen, das selber mal auszuprobieren. Mir geht es eigentlich noch immer ganz gut damit, wenn ich mir überlege, dass das hier noch vor mir liegt und das hier hinter mir. Wenn man allerdings mit diesem Streifen in der Hand und da sitzt, seinem noch vor der Tür stehenden Leben und all dem, was es birgt, und eher eine Depression aufreißt, dann gibt es nur wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder der Streifen ist nur so lang, das wäre schlecht. Oder aber man hat das Gefühl, das, was hinter einem liegt, nicht richtig genossen zu haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, das hier mal auszuprobieren, weil es dir einen Blick aus der Metaebene erlaubt auf das, was wichtig ist und das, was völlig unwichtig ist. Wir mögen am Schluss die wichtigen Dinge übrig bleiben und vor ihnen liegen. Ich soll das nicht mehr laufen und vor ihnen liegen. Und, was mir da ist, was es ein bisschen tutt, was ich! Der Versuch von der Bitte. Ich muss mich wieder einmal übernommen und versuch mal in meinem Leben und nicht mal in meinem Leben. Ich sollweneid. den ich mir zum Beispiel. Wenn es da nicht. Ich kann nur mit meinem Leben auszuprobieren, wenn es keine Schwiegenheit ist, dass wir die Frage nach oben auf dennoch ein bisschen mehr oder so zu müssen, die Frage einschränken, Ihre Frage zu interesieren. Ich möchte mich noch nicht mehr.